Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier in Russian Fishing 4. Heute geht es mal extrem ums Grundangeln, um Futtermische, ums Karpfenangeln allgemein. Ran an die dicken Dinger. Also ihr seht, das kann ganz krasses Karpfenangeln hier sein. So könnte auch dein Karpfenangelset aussehen. Also mit insgesamt 5 Routen stehe ich jetzt hier. 5 Routen, wovon 3 Routen beangelt werden. Eine Route ist quasi nur für die Futterrakete, die man vorne schon sieht. Und die nächste ist zum Suchen bzw. Auskundschaften. Welche Begebenheiten haben wir denn im Wasser und wie tief ist es da, welcher Untergrund ist da und so weiter und so weiter. Für all diese Begebenheiten und Komponenten, die wir dann halt mit dieser sogenannten Markerroute, die wir dann da erkundschaften und herausfinden, für all diese Informationen gibt es dann wiederum die passenden Komponenten bei den Karpfenrouten. Wir können die verschiedenen Vorfächer und Bleie verändern, je nach Farbe, immer wieder anpassen. Und wenn wir uns halt vorstellen, okay, in diesem vielleicht etwas grünlichen Bereich, den wir dann im Untergrund haben, sind vielleicht auch eher diese Graskarpfen unterwegs zum Beispiel, dann können wir dementsprechend auch mit der Futtermische rangehen und auch die Köder quasi darauf anpassen. Ja, wie kommen wir dazu, dass wir so ein gesamtes Set zusammenkriegen? Ganz wichtig natürlich, wir müssen viel skillen und da würde ich sagen, das ist der erste Part. Wie kriegt man relativ schnell die Skillpunkte zusammen im Grundangeln? Grundangeln, wie bekommt man hier diese 100%? Diese Frage kommt regelmäßig auf. Tja, was soll ich sagen? Angeln. Gibt Gas beim Grundangeln. Und der Klassiker ist eigentlich immer wieder zu sagen, verschiedene Spots mit verschiedenen Fischen und verschiedenen Montagen, verschiedenen Ködern im Idealfall auch noch, immer wieder, ja, im Idealfall natürlich mit hoher Frequenz zu beangeln. Das heißt, ihr sucht euch Spots raus, wo man viele kleine Fischis fängt, vielleicht am Windenbach gibt es verschiedene Möglichkeiten, da dann vielleicht einfach mal eine Stunde am Windenbach sich hinsetzen, einfach mal mit Mistwurm, dann dann vielleicht eine Route mit Mistwurm, eine mit Made oder eine mit Borkenkäferlarve und dann gib ihm. Oder dann mal wieder wechseln zum Moskitosee, einfache Grundmontage, dann vielleicht schon die weiteren Paternoster-Montage mal nehmen, vielleicht kann man schon mit der Haarmontage irgendwann rumhantieren oder mit der Inline und so weiter und so weiter. Immer die höchstmögliche Montage auch mal wieder verwenden und auch da relativ, ja, oder auch mal hohe Köder verwenden. Einfach variieren. Das ist eigentlich das A und O, wenn man dann vielleicht im Level-Bereich 20 schon unterwegs ist, gerne natürlich auch zum Voltio. Da hatte ich ja jetzt zuletzt noch ein paar Videos rausgebracht. Voltio hat immer wieder gute Frequenz und auch sehr schön unterschiedliche Fische, die man da fangen kann. Gerade natürlich auch die Zettfische, Zope, Zerte und Zobel, die auch immer sehr gut Silber bringen. Also hohe Frequenz, unterschiedliche Köder, unterschiedliche Montagearten und ja, eigentlich nur Gas geben, Gas geben, Gas geben. Und dann kriegt man auch Stück für Stück seine Prozente. Wenn ihr dann irgendwann im Bereich seid von 80%, irgendwann vielleicht sogar im Bereich von 90% seid oder 90 plus sogar, ja, es kann sein, dass ihr mal mehrere Stunden vielleicht keinen weiteren Prozentpunkt dazu bekommt. Es wird irgendwann zäh. 100% soll ja auch nicht irgendwie innerhalb von den ersten 20 Leveln erreicht sein. Also es wird immer zäher und immer schwieriger, je höher man kommt. So soll das aber auch sein. Und irgendwann freut man sich natürlich auch richtig darüber, wenn man die 100% erreicht hat in den verschiedenen Angelmethoden. Tja, was skillt man dann im Idealfall im Grundbereich? Grundbereich, anfangs, wenn man sparsam, ich sag mal sparsam, vielleicht auch mit dem Gold ist, gibt man im Idealfall die Punkte erstmal nur in die Stationärrolle rein, lässt die einfachen Montagearten vielleicht erstmal weg, geht dann direkt auf die klassische Haarmontage, geht dann weiter bis hin zu den Karpfenruten. Das ist dann hier 60%. Genauso auch Pop-Up, auch das ist 60%. Damit hat man hier schon mal die wichtigsten Karpfenangelmethoden quasi mit drin. Weil man ja hier anfangs keine Punkte verteilt, hat man dann die Möglichkeit, fünf Punkte in die Angelfutterbereitung zu geben, weil das eben auch sehr wichtig ist, dass man hier fünf Punkte drin hat. Man produziert dann Futtermische, Angelfutter mit einer Qualität von neun oder zehn von zehn möglichen Punkten. Das ist halt wichtig, da kommen wir aber später noch zu. Ja, und dann geht es eben weiter. Ich hatte vor Monaten irgendwann mal mich für die Inline-Montage entschieden, weil das tendenziell eher für kleinere Fischis auch gedacht ist. Grundsätzlich würde ich jetzt aber empfehlen, auf die Schlaufenmontage zu gehen. Das ist so eine sehr solide Montage. Wenn man zum Beispiel auch mit den Karpfenruten unterwegs ist, aber einfach mal eine Kartoffel reinwirft oder mit einem Tauwurm reinwirft oder ein Kohlblatt, da lohnt sich eben auch die Schlaufenmontage. Das sind so die wichtigsten Basismontagearten bzw. Skillungen, wo ich eben die Punkte reingeben würde. Alles weitere kommt dann im Detail noch dazu und das ist dann wirklich sehr speziell fürs Karpfenangeln, wenn man quasi nichts anderes machen möchte als Grundangeln. Man sieht hier zum Beispiel, wenn man die Punkte in die Karpfenrute investiert, diese sieben. Ich hocke da gerade ein bisschen vor. Dann haben wir hier einmal die sieben Punkte gleichzeitig in der Markerrute und in der Spotrute. Also das sind alles drei die gleichen sieben Punkte. Da verteilen wir also einmal sieben Punkte und haben die auf alle drei Komponenten. Das sind so die Basics fürs Grundangeln und damit kommt man auch schon ein ganzes Stückchen weit vorwärts und kann eigentlich die wichtigsten Spots, die wichtigsten Gewässer richtig gut mit beangeln. Wenn man in die Rekorde reinschaut, werden quasi die besten und die meisten Spots und Fische mit diesen Montagearten quasi beangelt. Ja, kommen wir zu der Futtermische und der Herstellung von Futter zum Anfüttern der Spots. Und auch das ist eine Sache, die ich in der Vergangenheit anders gemacht habe und mittlerweile jetzt direkt von vornherein angehe. Ich habe das auch in den letzten Start- oder mit den letzten Start-Accounts immer wieder von vornherein mitgeskillt. Das heißt, wenn wir hier in die Angelfutter-Zubereitung gehen, hier die fünf Punkte rein investiert haben, relativ früh, haben wir eben die Möglichkeit hochwertiges Angelfutter herzustellen. Und was bewirkt dieses hochwertige Angelfutter? Man muss sich einfach vorstellen, man hat im Gewässer verschiedene Spots sozusagen und verschiedene Stellen, wo sich die Population der Fische befinden. Und wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen hier rein zoomen und wir sagen, okay, hier vielleicht, wo das Gras ist, ist jetzt vielleicht gerade mal eine Schleinpopulation und hier weiter rechts haben wir dann vielleicht eher noch mal eine Karpfenpopulation. Dann sind diese Populationen immer wieder da. Man kann die Anzahl der Fische allerdings mit einer sehr guten Futtermische erhöhen. Und je höher die Qualität ist von so einer Futtermische, das heißt, man hat eine Neuner beziehungsweise eine Zehn von Zehn Qualität. Umso höher hat man dann oder umso mehr kann man dann quasi die Population erhöhen. Und das heißt, wenn man anfängt, zum Beispiel jetzt hier, wir haben ja gesagt, hier wären jetzt zum Beispiel die Schlein und hier die Karpfen und vielleicht hier hinten sind noch ein paar Amuren nebenan oder vielleicht dahinter, da finden wir vielleicht noch ein paar Lederkarpfen. Also diese Populationen sind quasi auch in so Clustern vorhanden. Das heißt, man kann auch ruhig mal versuchen, wenn man an einer Stelle erfolgreich ist, mal so ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter nach vorne oder nach hinten zu werfen. Es sind immer mal wieder verschiedene Spots auch nebeneinander angeordnet. Und das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Schlein befüttern und treffen genau schön mittig in diesen Spot mit einer Zehn von Zehn Futter-Mische, erhöhen wir die Population prozentual Stück für Stück bis zu einem Punkt, wo das Maximum erreicht ist. Und ab da wird es natürlich dann irgendwann tricky, denn man kann so einen Spot dann eben auch überfüttern. Und sobald das eben erreicht ist, ist für eine gewisse Zeit der Spot quasi auch deutlich schlechter zu beangeln. Das heißt, wenn man jetzt hier rangeht und man hat in seinem Setup hier zum Beispiel jetzt einen PVA drin, dann müsste man einfach mal zusehen, dass man vielleicht nach 10, 15 Würfen mit PVA, vielleicht macht man mal eine Pause. Man nimmt einfach mal das PVA runter, je nachdem, welche Größe man natürlich auch wieder verwendet. Wenn man jetzt das Kleine verwendet, man sagt ja 10 Bällchen und der Spot ist aktiv. Wenn wir das jetzt einfach mal umbrechen hier aufs PVA, haben wir jetzt vielleicht mal 10 Würfe damit und der Spot ist aktiv. Vielleicht macht man dann erstmal ein bisschen eine Pause, angelt mal eine Viertelstunde ohne, dann wirft man wieder ein paar hinterher. Wenn man das hier mit den Großen macht, auch da muss man natürlich aufpassen, dass man es nicht übertreibt mit den Futtermischen, was die jetzt hier alle noch gemeinsam haben. Ich verwende hier alles Futtermische mit vielen kleinen Partikeln, aber auch da kommen wir noch mal in einem anderen Video dazu, wie das ganze PVA oder wie man verschiedene Fischarten auch noch besser anlockt. Das wird jetzt hier ein bisschen zu komplex. Wichtig ist, dass man, wenn man hier diesen Spot zum Beispiel hat, man befüttert ihn, man macht zwischendurch mal ein bisschen Pause mit dem Futter, dass man dann nicht überfüttert. Und je besser die Qualität ist der Futtermische, umso höher kann man eben die Prozente schrauben oder die Prozente der Population an diesem Spot. Das ist halt ganz wichtig. Und wenn man vielleicht nebenbei, man hat vielleicht mal eine Route ein bisschen schräg ausgeworfen und die ballert dann daneben und hier findet man auf einmal einen Schuppenkarpfen, da kann man natürlich auch sagen, okay, ich werfe mal ein paar Bällchen, speziell eher in Richtung Karpfenmische an diese Stelle. immer daran denken, die Futtermische hat so einen Radius von zweieinhalb Metern um diesen Einschlagspot. Das heißt, ihr werft das aus, die Futtermische, und das Bällchen landet dann auf dem Wasser, sinkt runter. Da, wo es eintrifft, das Bällchen, was ihr ausgeworfen habt, dort habt ihr quasi diesen Radius von zweieinhalb Metern und da ist dieser Wirkbereich. Wenn sich das hier ein bisschen überschneidet, überschneiden sich unterschiedliche Inhalte der Futtermische, ja. Wenn es die gleiche Futtermische ist, einmal Qualität 9, einmal Qualität 10, überschneidet es sich nicht. Was allerdings passiert ist, dass die prozentuale Anhebung natürlich da, wo die 10er Mische drin ist, etwas höher ist, als da, wo die 9er Mische ist. Ja, wenn ihr noch keine Möglichkeiten habt, hier zum Beispiel diese Futterrakete zu nutzen, die, ich gucke gerade mal auf meinen Zettel, die Futterrakete, genau, die war bei 80%. Bei 80% im Grundangeln kann man das verwenden. Das ist natürlich super praktisch. Das heißt, ihr habt hier eure Routen, ihr sagt, ihr wollt da hinten in dem Bereich von, sagen wir mal 25 Metern, wollt ihr angeln. Dann könnt ihr hier genau bei 25 Meter euch die Futterrakete einstellen. Was man vielleicht bedenken muss, ist, dass man beim Klippen die Schnur ja auswirft oder die Rakete auswirft. Das Ding klippt, fällt runter, geht quasi ins Wasser rein und geht aber auch noch ein bisschen zurück. Das heißt, vielleicht die Futterrakete, wenn ihr auf 25 Meter geklippt habt, der Clip ballert raus, eure Köder fallen raus, fallen natürlich auch ein bisschen zurück. Also vielleicht gucken, dass man die Futterrakete vielleicht einen Meter weitermacht. So eine Riesenauswirkung wird das ja beides nicht haben, denn beide, also sowohl der Köder, fliegt ja raus, geht in den Clip, fällt runter und zieht sich durch die straffe Schnur halt ein bisschen zurück, als eben auch die Futterrakete. Es gibt ja zwei Varianten der Futterraketen. Einmal hier diese offenen. Da ist es so, sobald die eben aufs Wasser auftreffen, kippen die um und lassen ihren Inhalt quasi raus. Und dann gibt es noch die geschlossenen. Da ist es so, die sollen laut Infos von offizieller Seite, sollen die quasi erst auf dem Grund runtergehen. Das soll wohl verkehrt übermittelt worden sein. Ich habe mir das auch in den anderen Sprachen nochmal angeschaut und übersetzt. Es steht bei allen im Detail, dass sie sich beim Auftreffen auf der Wasseroberfläche öffnen und entleeren. Wie gesagt, im Forum gibt es da nochmal einen Beitrag zu, dass die sich quasi erst auf dem Grund entleeren. Beim Auftreffen auf dem Grund. Tja, das ist jetzt natürlich dann die große Frage. Wie ist es effektiv? Wie gesagt, offizielles Statement im Forum ist, die entleeren sich erst auf dem Grund und die Infos waren hier wohl nicht ganz korrekt. Tja, wie gesagt, diese beiden Futtermöglichkeiten oder diese beiden Raketenarten gibt es. Das Schöne ist bei der hier, die Wurfweite ist natürlich richtig gut. Sie fliegt sehr gut, sehr weit und recht präzise dadurch. Und was natürlich sehr praktisch ist, wenn wir hier nochmal reingehen, wir haben 10 Portionen, das heißt, wir machen uns eine Mische. 10 Portionen, das heißt, der Spot ist sofort maximal aktiv, am besten eine 10 von 10 Qualitätsstufe da mit rein und dann ballern wir das Ganze raus, genau auf die 25 Meter und das landet an dem Spot, wo wir gerade angeln wollen. Ja, das sind so die Basics dazu. Zu der Markerroute vielleicht auch nochmal, wenn man sich das gönnen will und man möchte die Gegebenheiten vor Ort einfach erkunden, man wirft die Route aus. Ich habe jetzt hier ungefähr 25 Meter auch gerade geklippt. Man lässt das Blei absinken. Wir können ja mal eben kurz reinschauen. Das ist hier einmal das Blei, was verwendet wird und eben so eine Anzeigepose sozusagen. Ich habe hier eine absolute Basic-Rolle drauf und eine olle Schnur, die auch schon ziemlich verschlissen ist. Da beißt ja nichts mehr drauf. Da verhakt auch nicht viel und so. Also das reicht komplett. Irgendwas günstiges, was man noch rumliegen hat. Hauptsache, man hat ein paar 100 Meter Schnur oder mehr als diese 125 Meter. So weit werfe ich eh nicht aus. und dann zieht man bei einer langsamen Geschwindigkeit quasi, wenn man ausgeworfen hat, zieht man langsam ein. Und dann kommt hier unten schon die Info, die Meldung, Bodenstruktur, lehmiger Untergrund. Wenn wir dann dementsprechend unsere Bleie, unsere Leadcore und Vorfächer und so alles anpassen, dann haben wir da natürlich die beste Tarnwirkung sozusagen davon. Und wenn wir sagen, okay, da wollen wir hin, dann können wir den Bügel öffnen. Jetzt hier mit Enter. und wir sehen dann irgendwann am Horizont, nicht so ganz, aber irgendwo da hinten, da kommt sie gerade hoch und liegt dann dort hinten. Und wenn wir dann noch sagen, okay, wir ziehen jetzt hier die Schnur noch mal ein bisschen stramm, zack, wir ziehen noch mal stramm, da jetzt, dann kommt unten noch mal eine Zusatzmeldung, Tiefe 2,85 Meter. Das ist natürlich dann immer wichtig, wenn wir mit der Pose unterwegs sind, wir wollen vielleicht mit der Matchroute hier auf Karpfen gehen, stellen unsere Tiefe, sagen wir mal jetzt, auf 2,80 Meter ein, genau an der Stelle. Sagen wir mal jetzt, ich habe ja ein bisschen gekurbelt, mit 24 Meter, 2,80 Meter Tiefe, dann sind wir schön mit den Boilies knapp über dem Boden und können so unsere Matchrouten natürlich auch ideal ausjustieren. Die können wir natürlich auch drin lassen hier, genauso auch die Futterrakete könnten wir drin lassen, aber das hat eigentlich keinen Mehrwert, wir können auswerfen, absinken lassen, Futter ist draußen, wieder reinholen, fertig. Dann können wir sie hier hinstellen und stehen lassen. Ja, und dann nehmen wir natürlich hier unsere Grundrouten, unsere Karpfenrouten passen dementsprechend unser Set hier an, mit verschiedenen Haken, mit verschiedenen Haarmontagen oder eben Pop-Up-Rig und so weiter und ja, dann geht das Geangel eigentlich los. Wenn wir die Futterrakete noch nicht verwenden können, können wir ja anfangs die normalen Bällchen hier verwenden und hier, wenn wir hier zum Beispiel jetzt eine Karpfenmische nehmen, zack, und wir werfen die aus, ist das natürlich so, je höher man das jetzt so wirft, einfach diese ganz normale Bogen- und Wurfweite, umso weiter kommen wir dann da auch ein bisschen raus. Das variiert jetzt nicht so wahnsinnig. Wir kommen circa, ich sag mal so, 18 bis 20 Meter ungefähr kommen wir raus. Das heißt, wenn ihr Spots habt, ihr werft maximal aus mit diesen Bällchen, die ihr herstellen könnt und dann einfach überlegen, okay, ich werfe mir der Route jetzt 18 bis, sagen wir mal so rund 19, 20 Meter aus. Weiter kommt man mit diesen Bällchen auch nicht unbedingt. Vielleicht ungefähr den Spot merken, wo es einschlägt, dann mit den Routen da hinwerfen, dass man da genau auch landet in dem Bereich und dann passt das schon. Wie gesagt, immer dran denken, da wo es einschlägt, zweieinhalb Meter Radius, wird ja dann auch noch angelockt. Wichtig aber auch da, die 10 von 10 Mische ist halt die beste, 9 von 10 ist halt auch noch gut, von daher macht das eben auch Sinn, dass man hier in die 5 Punkte investiert und dann die besten Qualitäten rausholt. Ja, wie spielen wir jetzt hier am besten unsere Angelfutterzubereitung, wie kriegen wir auch hier die besten oder am besten die 100% zusammen. Man kann ja anfangs, wenn man hier draufklickt, sieht man die Komponenten, die man Stück für Stück freischaltet. Wenn man sieht hier als Mische, Grieß, Zwieback gemahlen, das ist quasi die Basis. Man könnte theoretisch, wenn man hier reingeht, Angelfutter Mische, man kann theoretisch, und ihr seht das hier auch drin stehen, notwendig ja, alles andere nein. Theoretisch nur immer mit der höchstmöglichen Mische-Skillen. Es gibt verschiedene Listen, es gibt zum Beispiel eine Liste, da steht dann drauf, von 15 bis 30%, einfach nur hier mit der Futtermische, die man beim Bauern bekommt, dieses Mischfutter, dass man damit einfach durchskillt, dass man dann später mit Haferflocken weiterskillt, dann mit gemahlenen Erbsen, und dann geht es weiter mit Maismehl, Hanfsamen, Sonnenblumenkern, Weizenkleie und Leinsamen. Als letztes, das wäre zum Beispiel jetzt eine Skillweise, dass man die verschiedenen Prozente immer maximal rausballert, man kann aber auch zum Beispiel einfach hingehen und sagen, okay, ich nutze diese Mische, das wäre jetzt der Weg gewesen, man nimmt nur die Basis, schmeißt danach alles weg, ballert aber ein paar tausend Silber raus, und das Geld ist weg. Man kann natürlich wie gesagt einfach hingehen und nimmt die Mische und fängt dann an mit der Basis, levelt dann hier, hat man zum Beispiel ab Komponente 2 schon Perlengraupe mit drin, da kann man dann natürlich auch super Brassenfutter herstellen, und dann gib ihm schön auf Brasse, denn wir brauchen ja auch im Low Level gerade ordentlich Kohle, das heißt wir müssen natürlich auch immer Brassen kloppen, dass wir dann eben hier schön das Brassenfutter herstellen und verwenden, um dann wieder Brassen zu angeln. Ja, und so geht das halt Stück für Stück immer weiter hoch, man kann natürlich irgendwann Stück für Stück, ja, wenn man im Bereich ist und man sagt, okay, man hängt irgendwo, dann ballert man da einfach vielleicht mal ein paar durch, gerade natürlich in der Happy Hour, wenn man Premium hat, wenn man kein Premium hat, schön zwischendurch mal einen hinter die Binde kippen, mit einem Alkoholbonus-Effekt sozusagen dann nochmal skillen, auch das bringt halt alles ein bisschen mehr, aber auch da ist es so, im höheren Level-Bereich wird es langsam zäh und ja, irgendwann muss man einfach mal in den sauren Apfel reinbeißen. Ich habe hier auf der einen Liste stehen, Leinsamen 387 Stück, das allerdings mit Premium und Alkohol getrunken, das heißt, wenn ihr kein Premium habt, könnt ihr euch auf, ich sage mal locker die doppelte Menge, 600, 700 Leinsamen irgendwie einstellen, dass ihr dann schön im maximalen Bereich seid oder ihr macht euch keinen Stress, denn gerade hier in diesem hochleveligen Bereich ist es so, das sind alles Komponenten, die man tendenziell vielleicht eher fürs Störangeln, Sterletangeln verwendet, fürs normale Karpfenangeln braucht man das nicht und wenn ihr tendenziell halt eher im Karpfenangelbereich unterwegs seid, dann skillt ihr eh, ihr produziert wieder neue Futtermische und so weiter und auf einmal kommt wieder ein Skillpunkt dazu und man ist irgendwann zack, bei 100% ohne viel Stress und kann währenddessen die ganze Futtermische auch noch verwenden und in Silber umwandeln. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal so zu den Basics, Futtermische herstellen, Grundangelskillen und dann wie gesagt auch, ja, was ist dann mit der Futterrakete, was ist hier mit dieser Markerroute, das sind halt alles Komponenten, die man halt gut fürs Grundangeln verwenden kann. Im nächsten Video geht es dann nochmal ein bisschen detaillierter auf die Kombination von Futtermischen, welche Komponenten kommen rein in ein PVA, welche Komponenten kommen halt rein in auch die Trockenmische, denn diese ganze Komponenten hier oder auch eben dieses Stringer und so, auch die haben verschiedene Auswirkungen, da gehen wir nochmal im Detail aber im nächsten Video drauf ein, wie wir da nochmal ein bisschen gezielter vielleicht auf größere Fische anfüttern können oder eben auf mehr Masse anfüttern können. Wenn dir das Ganze geholfen hat, gerne den Kanal abonnieren, das hilft, danke schön dafür, einen Daumen da lassen und auch gerne deine Erfahrung unten drunter schreiben, mit welchen Futtermischen hast du die besten Erfahrungen, was, ja, was hilft dir oder wie verwendest du zum Beispiel auch die Futterrakete, gerne drunter schreiben, wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch Montags, Mittwochs und Freitags. Petri Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.